In einem tiefen Urwald. Ich sag jetzt nur, wo ist der richtige Weg? Okay, da komme ich nicht dran. Warte mal, kommt man da noch höher? Ich muss was versuchen. Okay, funktioniert nicht. Hätte ja sein können. Hätte, hätte, Panzerküter. Hm, interessant. Wo geht's weiter? Nein, 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 nein. Das ist ein tiefschema, nicht. Wie gesagt, ich bräuchte ne Karte, wo ich sie muss. Das sieht nicht so aus, als könnte ich da hochkletzern. Hier auch nicht. Vielleicht muss ich in diese Richtung. Hier kann ich auch nicht hochkletzern. Hm. Okay. Hat hier irgendwas zu sehen? Nicht wirklich, ne? Wo muss ich langen? Ich bin irritiert. Und deswegen brauche ich ein Spiel mit Karte. Da muss ich wirklich da hin. Und das war jetzt Skill. Okay, ich bin scheinbar richtig. Ich bin scheinbar richtig. Kurtschak, bitte, hör mal zu mir. Ich weiß, die Nesting Grounds sind secret. Aber ich信 sie. Du hast, ich will ihnen helfen. Weil... Weil... Weil sie uns brauchen. Oh, hast du das gesehen? Nein. Kurczak. Kurczak. Irgendetwas statt ihn abgelenkt zu haben, ohi. Hätte er zu dem Baumhaus rübergesehen? Okay, wir müssen wohl zum Baumhaus. Oh, da können wir hoch. Ach, hier sind wir wieder. Okay. Hier waren wir ja schon. Man kann hier eigentlich auch hoch der Garni. Ach, da ist ein Baumhaus. Okay, Merkel hier braucht mehr wieder. Donald? Ich wusste, dass er nicht gut ist. Gut gemacht, Donald. Was ist die große Idee? Warte, Kurczak. Bitte. Sie sind jetzt dauerhaft, Tarzan. Verständlich, würde ich jetzt mal sagen. Rimm da einfach zu denen zu führen. Aber nicht nett. Ja, 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 ja. Und wo ist die Schlange? Die einzige Schlange bist du. Aber hier scheint es zumindest kein... Nein. Er sagt schon, ha, hier. oh dann einmal download und still von da zu Das ist doch Mammokbombo, wasser denn auch Mammokbombo, wasser denn auch Mammokbombo Blitzergummi erhalten, keine Welpen, schade Ich denke mal, wir müssen jetzt wieder zurück zum Zeltlager und dem Mann meine daftige Lektion erteilen Aber nicht, bevor wir wieder Tatsanekop getan haben Speicher mache ich jetzt mal nicht Wir haben ja im Lager macht Tatsan geht es dir gut Dann musst du nicht springen, um meine große S zu kommen Wie hier Aua Und nicht allzu hoch springen Sonst kriegst du den zweiten Asphalt in die Puntseite, so wie ich Aua, wo ist schon wieder? der hauptlos ab und kommen nicht wieder und kommen nicht wieder Oh, dieses Lachen, ne? So hässlich. Uh-oh. Ich glaube, die Herzdosen sind wieder da. Mauch heilen und, äh, speichern, bitte. Mr. Clayton ist kein schlechter Mensch. Er ist nur aufpausend. Nein, er ist ein schlechter Mensch. Du siehst es doch. Die Herzdosen sind wieder da. Okay, das ging schnell. Grotesco mehr halten. Und Tade erhalten. Mal gucken. Sagst du jetzt noch irgendwas Neues? Die Gorilla in dem Baumhaus ist vielleicht in Gefahr. Bitte beschützt die Gorillas. Okay, wir müssen wieder zum Baumhaus. Aber da fällt mir eigentlich ein, wir haben doch Ausrüstung bekommen, ne? So, so ein Inferno-Wahl. Abwehr um 12 auf AP sinken auf 8. Und zwar, dann... Geben wir das vielleicht mal... Ufi? Die Abwehr stärkt auch. Ja, okay. Dann anstelle von Protestkette. So, Ufi, lass hier bitte. Ich weiß nicht, soll man schon mal Tränke geben? Ich weiß nicht. Es ist ja an sich hier noch kein Bosskampf, glaube ich. Na zum Baum. Ich weiß nicht, soll ich das nicht sagen. Baumhaus haben die gesagt, dann muss ich wieder hier hin, zu den Niedelpferden. Dann können wir zuerst nochmal die kaputtieren. Alter, ihr seid nicht nervig. Die sind wirklich nervig. Soll ich sie sich doch mal so langsam trinke, geben? Oh, jetzt darf ich hier schon wieder ... Wisst ihr was, ich glaube, ich geb den Leuten doch schon mal. Was zum Tragen. Mach mal so. Ausholen, High Potion und einmal Mega Potion. Garzan ist gut ausgerüstet. Du kriegst auch ein paar Potions. Und eine High Potion. Und dann muss ich demnächst auch wieder neue Tränke laufen gehen. Ich glaube, du musst speichern, speichern. Sicher ist sicher, ne? Die sind die zu verletzten. Aber die sind die Stütz fertig. Und dann kannst du sie wirklich super ... Es geht nicht einfach. Aber die sind die Stütz dabei. Die Stütz dabei ist ja Pflönlich. Aber diese Stütz dabei ist ja auch gut. das war knapp und das war auch der das geht das war nicht hier richtig ich weiß es nicht ich hoffe einfach mal gesagt ich habe keine orientierung m Ähm, hm, ich möchte nochmal zum Braumhaus. Hier kann man sich echt wahnsinnig verlaufen. Ja, das ist alles. Warten hat der Goofy nicht auch so was ähnliches wie ich als Ability? Ähm, Jammer. Ja. 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 Ah! Ja. 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 es läuft doch wir haben schnürchen mit dabei